Hallo und herzlich willkommen zu Let's Apply Dead Space Und wir müssen durch diese Tür, genau das müssen wir tun Und das werden wir auch tun Äh, Moment Jetzt los Hä? Warte mal Achso, da muss ich jetzt Ne, warum muss ich denn hier jetzt durch? Und was ist das hier fucking Hintergrundgeräusche? Was soll das? Ich bin extrem Hä? Warum ist denn das Ding da hinten? Willst du mich verarschen? Ich bin da massivst verwirrt Ja komm, hau rein Los Ach, Brücke, die Fresse jetzt Ich muss das hier mitnehmen, das ist mein Haustier Hä, warum? Ich hab das doch schon mal bis hierhin gebracht oder etwa nicht? Nein Scheiße Okay, das ist kein Fuck Das ist kein Problem, machen wir so oder machen wir so Die Tür bleibt jetzt Äh, die Tür sag ich schon Jetzt bleibt das Brückchen Jetzt komm mit Ein wenig weiter da oben Wir gehen weiter, 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 weiter So Jetzt gehen wir durch die Tür Los, mach hinne Isaac, wir haben keine Zeit Ich weiß nicht mal mehr, was wir damit machen müssen Mal kurz gucken Marker zur Sockelstätte bringen Alles klar Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist Aber wir sollen ja schließlich alle wieder ganz machen Und ich denke, dafür werden wir das wohl auch tun Würde ich mal vermuten Zumindest So Betriebsraum B Boah, Alter Leck Mich fett am Arsch Irgendwas hat ja vibriert Ich werde erstmal alles hier einsammeln Was man hier, was ich hier noch so finde Und was Ja, welchen Dingen ich auch immer Beachtung schenke Das nehme ich mit Was ist mit dir so hier, du Braust keinen Kopf Kannst sowieso nicht denken Sonst wärst du gar nicht in diese Lage geraten Boah, hier gibt es noch ein paar Kistlein Mit Munition und Credits Das finde ich eigentlich ganz gut Boah, diese Hintergrundgeräusche, ey Die gehen mir voll auf die Nerven Na ja, da geht Knotern Äh, wie viel habe ich denn jetzt? Zwei, drei, vier, fünf, sechs Ich habe schon neun Zehn Boah, zwanzig Nein Ich glaube, ich habe zwei oder so 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 Komm mit Oh Fuck Okay Wir müssen ja aber auch mal bald da sein Ich meine, das geht ja so nicht weiter hier Warte mal, hier können wir aufladen Das ist Frau Frieda, das nehme ich mit Umsonst ist immer gut Ja, hau rein Ah doch, einen kleinen Weg haben wir noch vor uns, ne Das muss man mal so sagen Jetzt mach doch mal hin die Tür Shot Was auch immer du bist, geh auf So, dann können wir nämlich hier durch What The fucking Hell Kann ich hier rüber? Oh ja, ich kann hier rüber, Tatsache Ich glaube, ich will nämlich das noch schnell Alter, ist das hier Was ist das? Das ist Mutterschiff So, das Muttertier oder was? Hammer Naja Haupt Oh, warte mal Da muss ich auch nochmal schnell rüber Das will ich auch noch schnell mitnehmen Alter, wie viel die ist Okay, finde ich das gut, dass sie so Ihr seid da ein bisschen anders jetzt Was ist mit euch passiert? Oh, jetzt So Oh, fuck you Fuck you, fuck you Fuck you So Ach, Junge Geh weg, Alter One Shot oder was? Ach, du blödes Zentakel Verpiss dich Und du da hinten auch Warte, warte, warte Ah, scheiße Boah, Alter Jetzt komm Jetzt geh doch mal weg Boah, warum kommen die denn jetzt hier überall raus? Was ist denn hier los, ey? Habt ihr nichts zu tun, oder was? Ey, jetzt stirb Vielleicht sollte ich auch treffen Dann läuft das auch mit dem Sterben Ich sollte nachladen Warte, warte, warte Warte, warte Nicht so rumschreien, bitte So, mach auf Naja, manche Körper sind ein bisschen komisch, ne? Alter, treffe ich nicht von hier Schwerlich, glaube ich Boah, jetzt hör mal auf, hier so rumzudancen So Meine Fresse Schnauze Das hört sich alles scheiße an Wir müssen uns beeilen Wir müssen uns beeilen Komm, schnell, 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 schnell Komm schon Oh, das ist so nervig Dass ich nach vorne gucken kann Jetzt geht's Okay, da müssen wir hin Was gibt's denn hier noch? Ist zu Scheiße Zu ist nicht gut Dann bringen wir das einfach mal An seinen Bestimmungsort Und der ist hier Ach du Scheiße Wo kommst du her, Junge? Oh, nee, oder? Halt deine Backen, du Kleines Kackvieh Und du da auch Was ist denn mit dir los? Ich hab dir doch grad voll eine gegeben, ey Mehrmals Warum sind die so So dunkel Alter, ihr geht mir auf die Nerven Auf die Nerven, Nerven, Nerven Und du mir auch Ich muss nachladen Hilfe So, bam, bam In your My fucking face Jetzt Stirb Oh, jetzt kommen die schon wieder Aber die brauchen komischerweise nur Zwei Schuss tot, ne? Oh nein, oder? Komm schon Lass das nicht wahr sein Ich hab keine Keine Muni mehr Was hab ich denn hier noch? Oh, ganz viel Strahlmunition Na gut, dann muss ich ja die jetzt benutzen Die Waffe Da hinten kommt auch so ein Mongo Treffen wir den? Nein, den treffen wir natürlich nicht Aber so treffen wir den Auch nicht Dann ist natürlich erst peinlich So, komm, stirb Stirb Ja, ich hab Zeit Du bist dann noch weit weg Da hab ich noch keine Angst So, einen noch Komm, jetzt bist du tot Jawohl Ich will mal nachladen Und dann machen wir mal hier Ich glaub dem Ganzen ein Ende So Darf ich hier rein? Bitte, 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 bitte Warte, warte, warte Ich nehm mal Munition Und ich weiß ja nicht Wofür man hier noch brauchen kann Aufgabe Erfüllt Ach du Scheiß Lass mich hier rein Ich möchte hier nicht Alter, ich will Was passiert jetzt? Ähm Alter, das Licht Ich seh nix Wo ist WTF? Wo ist die hin? Was passiert hier? Ich will weg Lass mich da rein Notfall Bio-Orbitale Schwerkrafthalterungen offline Tektonische Ladung gelöst Aufprall in Kürze Sofort in Sektorräumen What the fuck Ohne Spaß Die Kontaminationszyklus aktiviert Hammer Was ist hier grad Passiert Was mit Wo ist sie auf einmal hin? Ist sie jetzt tot? Oder lebt sie noch? Keine Ahnung Ich hab's gehofft Sagt die Richtige, wa? Isaac Ich bin's Ich wünschte ich könnte mit dir reden Es tut mir alles so schrecklich leid Ich wünschte ich könnte mit irgendjemandem reden Alles bricht zusammen Es kommt zu glauben, was hier vor sich geht Ist schon seltsam So ein kleines Ding Jetzt endlich läuft es doch auf dieses andere und andere Ding hinaus So ein kleines Ding Ich wollte nicht, dass es so endet Ich wollte dich nur noch einmal sehen Es tut mir leid Ich habe dich geliebt Ich habe dich immer geliebt Ich habe dich geliebt Ich habe dich geliebt Ich habe dich geliebt F*** Du bist geistig gestört Wie kein F*** F*** Niko ist schon lange tot Was immer du gesehen hast Wurde dann von Herrn vorgerufen Du warst eine Schachfigur Aber keine Sorge Es ist jetzt in sicheren Händen Wie glaube ich dir nicht? Lässt sie uns jetzt einfach hier Die alte Alles ziemlich verwirrend irgendwie Ich hab irgendwie keine Ahnung was hier gerade abgeht Das verwirrt mich alles Also Nicole ist tot Das heißt das war alles nur Einbildung Die uns irgendwie gesagt hat Wir müssen hier hin Die alte Schabracke So nenne ich es jetzt mal hat Und zwar Ratnos geht denn hier ab Okay Hammond Keine Ahnung ist halt gestorben Durch diese Viecher Was kranker Scheiße Ohne Witz richtig Kranker fucking Scheiße Was sollen wir denn jetzt tun Zum Shuttle zurückkehren Okay dann versuchen wir unser Bestes Warum finde ich eigentlich noch Energieknoten Macht es jetzt überhaupt noch Sinn Welche zu finden Aber ich glaube hier geht bald alles kaputt Die sollten mich vielleicht etwas beeilen Okay Wir haben hier die fetteste Wumme Die wir tragen können Die wir haben Haben wir jetzt ausgerüstet Weil Oh wir haben Munition für die Noch mehr Munition Okay Medipack Das ist immer eine feine Sache Noch mehr Strahl Munition Okay dann können wir auch wieder auf die erstmal gehen Nachladen Und weiter geht's Warum Habt ihr hier alle so eine komische Maske auf So da muss ich ja einfach mal Interminieren Das geht so nicht Okay alles klar Moment Ich werde jetzt hier kurz zur Werkbank gehen Wir haben glaube ich drei Knoten Oder vier oder so Vier Knoten Die werde ich jetzt alle Auch wenn es nicht mehr nötig sein sollte Ist mir das scheißegal Wir werden jetzt alle Verbauen Ähm Ne wobei hier gibt's ja nichts mehr Ich hab ja alles auf Schaden gemacht Ne Ähm Ja gut Strahlenkanone Hab ich gar nichts gemacht Ey Nichts Ja ein bisschen mehr Schaden Warum nicht Dann machen wir noch den Egal So Wahrscheinlich war es jetzt voll der Fehler Alle zu verbannern Aber das ist mir egal Das ist mir egal Gibt's hier eigentlich überhaupt noch irgendwas Oh da hinten war noch ein Shop Hab ich das richtig gesehen Oh Haben wir hier noch was Ne Achso Hier war ich ja schon Haha Hier ist der Shop Los schnell Mach auf Shop Wir haben nicht viel Zeit Wir müssen uns beeilen Oh wir haben 50.000 Wir haben auch fast keine Plasma-Energie Aber so viel Boah alter Wie viel Strahlen Muni wir haben Ich verkaufe jetzt das Impulsgewehr Und die ganze Munition Brauche ich dann sowieso nicht mehr Ich verkaufe auch ein bisschen hiervon Weil Ich mir jetzt dann Zum Schluss doch nochmal diesen Anzug gönne Auch wenn ich ihn wahrscheinlich nicht mehr so krass brauchen werde Weil ich das Spiel sich eh Wahrscheinlich dem Ende demnächst neigt Oder sein Ende finden wird Aber trotzdem will ich den jetzt haben Und dann kaufe ich mir noch ein bisschen Plasma-Munition Für den Cutter Bam Und dann geht's aber mal richtig los Wir sind jetzt hier equipped Ich weiß gar nicht ob das das maximale ist an Anzug Aber Könnte durchaus sein Glaube ich So wir brauchen noch ein bisschen Man hätte sich natürlich noch andere Waffen kaufen können Aber So ich brauche auf jeden Fall noch Medi Ein oder zwei Wo waren denn jetzt die verkackten Medis Die kosten ja eh voll viel Geld Ich kann mir zwei Stück kaufen Und hab dann noch 2000 Ein kleines Nü Alles klar Wir sind ausgestattet Und da war noch was Wo denn Da Oh Munition für den Plasma-Cutter Na so ein Zufall Alles klar Wo sollen wir nochmal lang Da Na gut Ich werde jetzt nicht speichern Und ich hoffe Das ist Kein Fehler Oh guck mal Was denn hier passiert Hä Wieso sind hier die Kisten umgeschmissen Alter was ist jetzt los Da ist sie Alte Komm Ach Du Scheiße Na du hast es verdient Alter Alter Das ist jetzt hier Der motherfucking Endkampf Oder was What the fuck Nee Nicht machen Alter Ach Du Heilige Scheiße Komm schon Lass mich doch mal wieder Kontrolle übernehmen Nimm das hier Fuck you Alter Wo muss ich denn draufschießen Auf die Auf die Dinger Ja scheint so Nein nicht das Fuck Aua Boah du Mongo-Fie Ich hätte speichern sollen Hätte mir auch mal irgendeiner sagen können Aber nö So Oh du Hier Bam In your face Ich hoffe Ich schiebe Oh Warte 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 Mann Geh doch mal weg Ich will die ganze Kacke hier gar nicht aufsammeln Ey Das ist voll Aua Alter Du behindertes Kleines Kacken Mistmonster Komm her Hier Einfach drauf Ist der eine Knödel ab oder was Oh yeah Oh yeah Der Knödel ist ab Hilfe Komm schon Den zweiten Knödel auch Ich will den auch haben So Ich schlag mal ihm nach Oh oh Komm schon Jawohl Haha Du Schei Aua Nein Fuck Wie kann ich mich jetzt hier befreien Am Arsch Schieß einfach Isaac Boah Alter So kann man doch gar nicht zielen Ey Ich glaube Ich hab die voll verkackt gerade Kann das sein Ich weiß nicht Muss ich auf die Knödel weiterziehen oder Alter Oh ich hab den getroffen Ich hab mich am Arsch Voll der Lackschuss Aua Hör auf damit Hör auf so rum zu Hampeln So hier Warte mal Wir können den anderen auch noch kaputt machen Alter Boah ich kann so nicht zielen Ey Wenn das die ganze Zeit so rum wackelt Verliere ich eigentlich Leben? Nee Aber irgendwie So Bam Jetzt lass mich wieder los Du Scheißteil Aua Oh fuck you Schnapp dir den Plasma Cutter Isaac Und jetzt die Winger noch abballern Kein Problem Machen wir Komm schon Schieß drauf Nein Oh shit Ja wunderbar Jetzt ist hier die Muni alle Ach Ich hab vergessen Scheiße So Ach das war blöd Da ist natürlich die Waffe voll verkauft Ich hätte sie mal voll behalten sollen Komm mach die alle kaputt Mach sie tot Mach sie tot Mach sie tot Mach sie tot Sehr gut Isaac 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 Warum So geht doch So töte das Vieh Ach man komm Das eine Ding Das wird ja wohl nichts ausmachen Ganz kurz einsammeln alles Was ich einsammeln kann Was machst du denn da Du ekelhafter Pisser Okay Was haben wir hier Plasma Energie Wunderbar Alter Jetzt hab ich alle meine Munitionsdinger Aufgebraucht Hör auf damit Okay wie komm ich jetzt wieder an diese Eiterbeulen daran Was soll denn das Kann ich uns ins Maul schießen oder so Ich weiß das nicht Da sind sie wieder frei So müssen sie natürlich nur noch treffen Der ist natürlich extrem langsam Was ist das Problemchen dabei Oh nee Komm hör auf Aua Arsch Du Arsch Oh fuck Nein Ja komm Hau doch Ja mach doch Aua Du hast mich getroffen Du scheiß Ding Das ist aber nicht schön So komm schon Mach die kaputt jetzt Ah das gibt's doch nicht Nee jetzt wirft er bestimmt wieder mit seinen ekelhaften Scheiß Aua Nein Du bist böse Böses kleines Monster Ah Er hat mich getroffen Shit Ich hab keine Muni mehr Äh Keine Medi Packs Fuck you Boah ich muss jetzt hart ausweichen Alter Ich muss jetzt nur noch ausweichen Ich darf nicht getroffen werden Ausweichen Komm schon Ausweichen Jawohl Komm nochmal ausweichen 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 Komm mach das auf Mach's auf Ja so ist fein So das Problem ist aber trotz alledem Ich treffe immer nur ein so ein Scheiß Ding Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven Mit welchem Tentakel Mit dem heute Okay Na komm Ausweichen Und Komm Komm Ausweichen Und da kommt er wieder Und da weiche ich jetzt auch einfach mal hart aus Ich hoffe das war's jetzt Das ist gut Mach schön auf Okay Einer ist da noch drin Mit welchem 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 Mit dem Oh Oh Immer schön ausweichen Einen muss ich noch kommen Und dann lass es das gewesen sein Bitte Oh Alter Dann komm her Bam Oh der war voll daneben Aber der trifft Nicht Jawohl Er hat getroffen Ich hoffe Für dich Dass es das jetzt war Du willst doch jetzt nicht noch irgendwie was Drauflegen Oder ich Das wäre voll uncool von dir Komm Komm Oh nicht auf mich Ai, 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 verpiss dich, du Kackvieh Ich möchte hier weg, darf ich hier weg, bitte? Ich soll hier stehen bleiben, ich will hier nicht stehen bleiben Ich will hier weg Ich geh jetzt einfach hier und mach das kaputt Ich hab irgendwie das Gefühl Muss ich hier noch irgendwas machen? Warum geht mein Blick so nach oben? Ah, jetzt darf ich weg, warum wurde mir das nicht angezeigt? Das ist ganz schön unfair Ich vermute, ich muss hier hoch, oder? Oh, jetzt geht's los Ich glaub Wir sollten uns verpissen Isaac ist irgendwie aber auch ein kleiner Monger Da kann er nur schreien, da kann er gar nicht reden Okay, haben wir es geschafft? Ist dieser Albtraum endlich vorbei? Wir sind auf jeden Fall weg Von dem Schiff Und von diesem komischen Monster Alter Schwede Tja Unser stummer Freund hat es geschafft Ganz schön lidiert im Gesicht Obwohl er die Maske getragen hat Merke Isaac Isaac Ich bin's Ich wünschte ich könnte mit dir Okay What the fuck? Hat er sich das jetzt eingebildet oder nicht? Das ist die große Frage Und das war's mit Dead Space Fand ich Es war ein geiles Spiel Hat mir Spaß gemacht Ab und zu hab ich mich erschrocken Auf jeden Fall Aber war ein geiles Game Und ich freue mich auch schon ein wenig auf den zweiten Teil Der natürlich direkt im Anschluss kommen wird Also morgen Ähm Auch nochmal vielen Dank An die nützlichen Tipps Die ich bekommen habe Ich hoffe ich hab die auch soweit Äh Relativ gut umgesetzt Ich hoffe natürlich Es hat euch Spaß gemacht So wie es mir Spaß gemacht hat Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen Das Spiel Auch wenn ich die Steuerung Ein bisschen blöd fand Aber okay Und ich find's doof Dass der Das Isaac nicht sprechen kann Sowas mag ich irgendwie immer nicht Aber gut Das ist ja Dafür auch nicht unbedingt so ausschlaggebend Ob ein Spiel gut ist oder nicht War ziemlich Äh Ja Am Ende war irgendwie alles anders Die eine verrät uns Wir sind verrückt Und alle sind tot Monster hier und da Und dann Äh War dieser Marker Von Menschenhand gebaut Und so weiter Und so fort Ziemlich kranker Scheiß Das muss man einfach mal so sagen Ähm Aber es war eine coole Story Ich bin gespannt Wie die Story im zweiten Teil weitergehen wird Ob sie ähnlich Crank ist Also ich weiß Hab gehört Oder mir wurde gesagt Dass Dead Space 2 Auch nochmal mehr Auf die Dead Space Schiene geht Also mehr Horror Erschrecken Momente Und der dritte ist im Grunde Nur noch Shooter Das wusste ich ja vorher schon Aber mit dem zweiten Das wusste ich nicht Ich lass mich überraschen Ich mein Für mich war dieses Let's Play Blind Das nächste wird es auch sein Genauso wie dann Dead Space 3 Hoffe natürlich Ihr seid dann wieder mit dabei Bedanke mich Fürs Zuschauen Fürs Durchhalten Für die die durchgehalten haben Ähm Und natürlich aber auch Für alle anderen Die mal kurz reingesehen haben In dieses Let's Play Hoffe wir sehen uns Bei Dead Space 2 Wieder Oder an einem meiner anderen Let's Plays Auf meinem Channel Ja bis dahin Haut rein Leute Untertitelung des ZDF 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 Amen. 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 Amen.